ist definitiv nur für echte Profis geeignet. Donuts, also mit durchdrehenden Reifen auf der Stelle kreisen, sind eine beliebte Show-Einlage bei Motorsport-Veranstaltungen. Dieser Fahrer treibt das Spiel allerdings auf die Spitze. Er tritt gleich mit zwei Fahrzeugen an. Zuerst versetzt er den ersten Wagen in Drehung und blockiert das Gaspedal. Dann steigt er einfach aus. Der BMW macht die Donuts jetzt ganz alleine weiter. Anschließend läuft der Stuntman zum zweiten Auto und dreht dann Donuts um den ersten Wagen. Zum Schluss löst der Fahrer den Reigen auch wieder kontrolliert auf. Kein Zweifel, dieser Stuntfahrer ist ein echter Könner. Zur Nachahmung ist der spektakuläre Trick jedenfalls absolut nicht zu empfehlen.